Berger Naturliwerber! Grüß euch! Es sollte nur ein kurzes, informatives Video werden und zwar geht es darum, ich mag einfach ein bisschen mehr mit der Community in Kontakt treten. Das habe ich gemerkt, wie ich zum Silvesterobend einen Livestream gemacht habe. Und da habe ich jetzt auf meinem Community-Tab, auf meinem Kanal Jochen Bergfexl-Kramer, schaut mal rein, auf meinen Community-Tab eine Umfrage gestartet und zwar, wenn es ihr am besten oder am liebsten einen Livestream hätte, wenn meine Community am meisten Zeit hat, damit ich so viele Leute wie möglich irgendwie erreichen kann. Und ja, wie gesagt, ich habe gemerkt, das kommt relativ gut an und taugt mir ein bisschen mit eng in Kontakt zu treten. Und ja, so starte ich jetzt die Umfrage, die habe ich gestern schon gestartet, mehr oder weniger. Schaut rein, noch einmal Community-Tab, da könnt ihr abstimmen, wenn euch das am liebsten wäre, zu einem Livestream einmal wiederzumachen. Weil die Nachfrage war einfach da und hat mir selber auch getaugt und Spaß gemacht, mit Denk ein wenig zu kommunizieren. Und ja, das war es eigentlich schon wieder. War ein reines, kurzes, informatives Video. Ich hau mich da jetzt noch ein bisschen her und haben mir noch den Sonnenuntergang, gerade im Wunderschönen. War ein herrliches Tag heute. Und ja, Freitag kommt ein neiges Bergtour-Video raus, nicht vergessen. Schaut vorbei und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Also, macht es gut. Viel Denk. Juhu! 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 Juhu!